hallo willkommen zu let's play uno project x und ich muss kurz was klarstellen er hat nur vorhin gewonnen bei monopoli weil ich es so wollte fix macht immer noch zwei drei stunden leise jetzt passen ich hab's genau jetzt passt es wie vorhin jetzt passt es mir ja dafür machen jetzt aber hier fertig genau hallo das müssen wir anlegen passt menschen recht zu mir sitzt es ist fast mit dem links besitzt osburger 101 ich habe die lobbies freigeschaltet das lustige sein aber auch zusehen total lustig cool ne wunderbar egal ich bin auch gegen die kais auch pudding na okay xin vollstand bitte aber nur zwei verdammt kx ist ein bisschen schnell um mich zu sprechen heute woher das wohl kommt ich weiß es auch nicht das und wenigstens mehr fangen sie in der nächsten folge ach keks nein fick dich ins knie voll hart hart es ist 22.20 zeit für die nachrichten hier ist das erste deutsche fernsehen mit den nachrichten es lief doch gelb du wichse mit der stimme von laura kraft es ist wirklich die grundstimme von laura ihr habt doch keine ahnung rot ist doch scheiße muss das sein rot ist voll in fick dich oder scheiße schüssi bütschis so danke für die aufnahme von hr von rotx wildsquid ich habe aktuell keinen lust mehr aber er macht mich ja fertig ja kekse unlimit oder kekse unlimit geile kekse in deiner umgebung geile kekse in deiner umgebung ruf jetzt ein 990 6x6 oh ja oh ja ist das euer ernst das kann sie doch dem armen keks nicht antun und dem armen luna auch nicht was soll das ist nicht gut ist nicht gut nicht gut hast du nichts das wäre so gut gewesen manno 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 schlucks was blutcura sau blutcura sau jetzt habe ich Lust auf nen cocktail Auf nen Uno Cocktail? Ich glaub Keks, das ist das Lösungsrätsel Weiter, 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 scheiße Pudding, mach doch mal was, du hast so viele Karten Nee! Oh Gott Weiter, 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 weiter Ist gut Nein, ist nicht so gut Das ist gut Hast du auch noch was wir? Verdammt Oh no Oh no So, schmeiß was Äh, ja, man sieht, ich habe, ich habe ein bisschen gespielt Uno? Ja, ESL Uno Achso, in der Kack Das finde ich jetzt wieder gut Fickt euch Aktuell Stimmung Mies Sehr mies Jetzt haut du noch eine raus Ne, ich habe nichts mehr Oh, schade Ich habe nur noch 3 plus 4 Oh Oh Die kam mir gar nichts Also ganz ehrlich, wer kein Rot hat, der hat auch kein Herz, der schubst auch keine Kinder in den Teich Könnt ihr doch den armen Keks jetzt nicht antun Woher hat er die eigentlich? Du bist gar nicht Hehehe Hehehe stinkt der ist der feind nicht hier hauptsache er gewinnt du kacknappel bei diesen punkt im namen woher auch immer der kommt muss ich noch mal er hat sich dazu geschlagen der ki zieht uns hier noch ab ich hab null punkte ist ja auch schlecht nein ich bin ein bisschen sauer heute ich bin sauer nein du fängst doch immer an pack mit soße ich hab hunger oh gott keks bilder in meinem kopf bilder in meinem kopf hä was sind bilder fuck mit soße und keks sagt ich hab hunger mit soße fuck mit soße hab ich gesagt jetzt hab ich und du sagst ich hab hunger ich meine aber fuck mit soße ja oh süß süß äh 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 nö alles gut kannst du ruhig outen äh 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 keks kannst du irgendwas hast du irgendwas um dich gegen ihn ich hab ne ich hab ne 1 in grün äh 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 ja äh 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 ich weiß nicht ob du das kennst äh alles gut war schon weil ich mich jetzt verraschen was hier scheiß karten gibt mir meine ahnung bin man ganz zufrieden hört wieder auf hallo danke na toll äh äh mal gmentte äh wie äh die alle eine frage der wissenschaft Ist irgendwas? Ja? Bei mir nicht. Wääh! Frist du bot? Ist das eigentlich ne Beleidigung wenn ich zu ihm du bot sache? Nö ne? Dann sagt er ne Bezahlung. Ja. Nö! Sö! Ich hab auch nichts, um mich zu verteidigen. Überhaupt nichts? Nee, gar nichts. Eben die plus zwei, aber die hab ich eben auch als gezogen und dann direkt weggespielt. Der blaue wird nicht funktionieren. Ich hab noch eine, ich hab gewusst, dass du eine hast. Ich hab schon überlegt, blöfter oder blöfter nicht? Du wirst aber nie verraten, wenn ich sagen, dass du keine hast. Bist du dir sicher? Ich hab keine. Du wirst doch nicht einen wehrlosen Mann anschießen. Ich fall die da rein. Ich hab wirklich keine. Ich lege jetzt nix. Die beiden ziehen hier alle fünf Minuten irgendwelche, da kann ich nix haben. Alter, leck mich doch. Das find ich fair. Ja? Keks? Rot, blau, gelb oder grün? Rot. Ach, schau an. Da ist der Rot. Danke. Schau an. Okay. Wir schütteln dich jetzt nicht sogar. Boah, auf jeden Fall auf dem Kütt, ey. Die werden aber so still sind. Ich überlege. Ich überlege auch, die ganze Zeit. Aber wir sollen nicht überlegen, wir sollen einfach nur irgendeinen Scheiß spielen und die Zuschauer unterhalten. Das gibt's nicht. Das gibt's doch nicht. Du magst aber kein Geil. Nein, wirklich. Oh, ja, nehm ich gerne. Kann man nur so wenig Ehre haben, auf einen wehrlosen Mann zu schießen. Tö, wehrenlos, bitte. Oh, wir sind tatsächlich wehrenlos. Oh, wie ich sagte, bitte einmal alle in die Kommentare bei Kiks, Hashtag Ehrenlos. Genau, das hat er verdient. Das ist verdient. Hab ich gar nicht, bin lieb. Ich nehme dich aus wie eine Weihnachtsgänze, aber das solltest du nach drei Jahren auch endlich mal gemerkt haben. Nebenverträge sag ich dazu nur. Was für eine Farbe? Ja, orange. Okay, ich misch dich rot und gelb. Eine sehr gute Entscheidung. Ja, für mich auch. Das ist halt so eine sehr gute Entscheidung. Mega, super, mega Explosion. Kiks hat noch genau 21 Karten. Sehr gute Entscheidung. Oh, noch eine beste Entscheidung. Oh, das ist jetzt kacke. Können wir bitte mal das Spielverhältnis umdrehen? Nein. Ich habe jetzt lange Zeit zurückgesteckt. Jetzt reicht mir das hier. Okay, was ist denn los? Oh, scheiße. Ich weiß nicht, was jetzt los ist. Ich weiß nicht, was hier los ist. Irgendwie ist die Stimmung hier so ein bisschen am Hochkochen, aber... Wir jucken das. Keks, also... Ich weiß nicht, also wie man so ehrelos sein kann. Schade. Dem armen Pudding. Da einen reinzubürgen. Ach, schade. Hätte gepasst. Danke. Ah. Bitte nochmal. Wieso kriegt der jetzt einen Wunsch erfüllt? Los, da drüge eben eine plus 4 rein. Danke. Oh. Danke. Was wird er tun? Was wird er tun? Was wird er tun? Was wird er tun? Das ist hier nicht die Frage. Sein oder nicht sein, Keksi. Das ist hier nicht die Frage. Ui. 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 Du bist voll hart zu mir. Ah, ich weiß. Oh nein. Noch eine. Verdient. Ist was? Nein. Nein. Jetzt krass bei Wasser. Ach, ihr Wichse. Was ist denn los? Scheiße. Was ist denn los?